Ich gehe jetzt extra auf ihn zuerst, auch wenn er eigentlich der Bossgegner dieses Dungeons ist. Oh scheiße, da ruft jemand. Oh man, ich muss jetzt kurz gehen. Seegurke und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dragon Nest. Wie ihr seht, hammer schnell geladen, ohne Legs. Also, boah alter, das ist so krass, so krass einfach nur. Also, ja, wie bereits versprochen, auf meinem neuen Computer, daher ist es halt so extrem. Ich höre jetzt den Sound aus in einem Grund nicht, daher wird es Zeit mehr. Also, was, ich habe mal Aufgabe, durchlesen könnte ich es, wenn ihr auf Stop drückt. Also, wie eigentlich immer. So, ich überlasse es mir, sehr vorsichtig. Okay, dann, denke ich, wir haben eine neue Rüstung gekriegt. Sieht eigentlich nach aus, und zwar, das hier. Das ist geil. Okay, das können wir nämlich appen. Mal schauen, das hier konnten wir noch nicht appen. Daher nehme ich jetzt mal das hier. Ja, das hier ist so meine Geschlechter. Okay, dann gehe ich mal zum Schmied, wo sich der auch immer befindet. Also, ich bin wegen Minecraft immer noch daran gewöhnt, E zu drücken, wenn ich das Inventier öffnen möchte. Aber, naja, hier ein bisschen anders. Okay, ich habe hier den Wecker vor mir, damit ich immer genau sehe, wann ich die Zeit stopp muss, beziehungsweise wenn ich aufhören muss. Okay, dann, ähm, Handel, Verbesserung, das kann ich mal die... Ach, ne, ich bin ausgerüstet, die Gegenstände kann ich ja gar nicht auch. Ich hab's ja gar nicht auf. Ich hab's ja gar nicht auf. So, ich muss ausziehen. Ja, zu sagen, das geht nicht. Gut, dann muss ich jetzt kurz ausziehen. Ähm, so. So. So, jetzt aufwerten. Ähm. Schmied. Ja, ich muss das machen. Mit dir ein ernstes Lötchen tun. Du musst etwas früher erledigen. Verbesserung, die wir bereits gehabt. So. Jetzt aufwerten. Ja. Lalalala. Aufwert und fehlgeschlagen, kein Problem noch mal versuchen. Bis vier. Bis vier. Bis vier. Bis fünf. Ja. Ja. Ich versuch's auf plus sieben. Plus sechs. Oh, ne, ich versuch's lieber an. Doch, ich versuch's noch einmal. Oh. Zum Glück ist es nicht kaputt gegangen. Wär sonst etwas schade gewesen. So. Mach ich hier mal zu. Und dann zieh ich das mal wieder an. Jetzt hab ich hier halt nur plus sechs, aber... Denk ich mal, ähm, bringt genug. Und so. Sagen wir hier wieder fünf. Keine Ahnung. Aber egal. Wir sind Level sieben, wie ihr seht. Das waren wir aber, glaub ich, letztes Mal schon. Und haben jetzt ziemlich viel Leben. Aber wir müssen bei den Aufträgen weitermachen. Damit wir möglichst bald in die nächste Stadt kommen. Und ja. Und ja. Und ich möchte eigentlich auch die, ähm, Dingens Quest bald machen. So. Okay. Geh mal auf Eishügel. So. Dann, ähm, hier müssen wir die Quest weiter abschließen können. Äh. Transaktion. Hier. Ich kann's halt in diese Richtung. Find's geil, dass ihr zu schnell ladet. Das ist auch viel chilliger. Boah. Das war ein kurzes Leck. Aber kein Problem. Denn. Das, äh, kann bei jedem Computer mal zwischendurch passieren. Kein Ding. Und. Was ist denn das? Okay. Jetzt hat's irgendwie ein paar Lecks. Äh. Ausrüstung reparieren. Kostet 0,7. 6 Kupfer reparieren. Aha. Okay. Weil. Ähm. Mal kurz. Ich möchte euch das jetzt noch kurz zeigen. Die Rüstung kann mit der Zeit zerstört werden. Also einfach kaputt gehen. Dann muss man die wieder reparieren. Und je nachdem wie fest, dass sie zerstört ist, dass sie mehr kostet. Ich hab's jetzt direkt mal gemacht. Äh. Abrechen mal kurz. Was ist unser Auftrag? Gesiegel die Maskierte Kleriker. Einfachere. Dateist. Ich geh jetzt mal hier weg. Jetzt zurück. Und. Müsst ihr eigentlich schon ausgewählt sein. Ich mach jetzt mal. Ja. Leicht bis zu gehen. Betreten ist. Dann betreten wir das ganze mal hier. Okay. Hier kommen schon die ersten Fledermäuse. Die kennen wir doch noch. Wie. Wie. Weg mit den. Monstern. So. Schon weg. Und Kopf einsammeln. Was war denn das? Lol. Naja. Egal. Äh. Hier geht's weiter momentan. In der Hoffnung, dass ich das dann schon möglichst schnell schaffe. Hier kommen noch neue Krieger. So. Aber die können wir eigentlich wenig anhaben. Lalalala. Machen wir mal ganz glücklich fertig hier. Ähm. Kann ich eigentlich neue Attacken erlernen? Oh. Oh. Jetzt haben wir hier Skelette. Damals war ich nicht mehr gerechnet. Oh. Ah. Das ist das vielleicht ein bisschen weh. Aber naja. So tragisch war sie ja noch nicht. Alter. Ey. Die hauen schon ganz schön rein. Meistens. Zack. 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 Das ist ein Schamane. Die haben wir ja die letzten paar Male immer gesucht. Und hab gesagt. Irgendwo hier müsste es noch Schamanen geben. Da ist einer nämlich. Ich. Also das ist eigentlich Schamane Bruder heißt er. Mit vollen Namen. Aber naja. Ähm. Ihr wisst ja. Ich halte nicht so viel von durchlesen. Also wenn ich natürlich selber spiele. Dann lese ich das schon durch. Aber im letztes Jahr finde ich das etwas langweilig. Und daher. Naja. Eigentlich würde ich ja auch Eiern wieder spielen. Weil. Jetzt habe ich leckfreien PC. Und ja. Aber ich glaube nicht. Weil irgendwie habe ich nicht so Bock in letzter Zeit drauf. Ich kann es ja vielleicht sonst mal spielen. Wieder. Wer weiß. Braucht halt auch Ewigkeiten wieder zum installieren. Und darauf habe ich jetzt gerade nicht so Bock. So. Dich noch töten. Dann haben wir unser Portal. Ähm. Ins nächste. Level freigeschalten. Genau. So. Sieht das dann aus. Immer. Alles mitnehmen. Damit wir schön achten können. Wenn wir zum Schmied kommen. Gut. Dann sind wir jetzt hier drin. Und davon hat es schon wieder Fledermäuse. Was ist das da hinten für ein Lumpen. Was ist das für ein Lumpen. Oh. Wie lange ich schon nicht mehr. Äh. Dieses Level hier. Oder dieses Dungeon hier gemacht habe. Richtig. Ja. Das ist eine Böse. Ich dachte es mir doch. Boah. So. Vergiften auch. Alter. Wieso hat der so viel Verteidigung. Ist das irgendein. Ne. So viel hat der gar nicht. Hallo. Ah man. Ich habe irgendwie bei der Tastatur ein bisschen vergriffen. Tut mir leid. Wollte schon die ganze Zeit die Eins eins setzen. So. Und dann natürlich noch das. Ähm. WTF. Aha. Das ist ein Geschenk. Der sie mir gegeben hat. Ja toll. Geil. Geschenk. Ich habe euch auf ein Geschenk gekriegt. Ich habe mich aber nicht. Eigentlich wollte ich jetzt mal schauen was das Geschenk so auf sich hat. Aber naja. Wenn dann direkt die nächsten Gegner kommen dann halt. Und ich habe noch etwa 10 Minuten Zeit zum aufnehmen. Weil ich möchte hier eigentlich nicht so 20 Minuten Folgen machen. Wie bei Minecraft. Aber ich nehme jetzt sowieso gerade ein paar Folgen am Stück auf. Weil ich gerade richtig Bock drauf habe. Au. So. Hier haben wir noch einen ohne Schild. Den müssen wir auch töten. Und jetzt haben wir hier noch die kleinen Fischchen. Au. Passt doch auf. Okay. Und dann. Hätten wir die auch besiegt. Die haben jetzt aber gar nichts getroppt. Mach ich hier mal alles kaputt. So. Vielleicht gibt es hier noch was. Ne. Auch nichts. Ah. Hier ist noch ein Fass. Aber das gibt auch nichts. Hier haben wir noch einen ganzen Berg voller Fässer. Ah. Münzen. Kann ich auf jeden Fall mal brauchen. Und dann. Ähm. Gehe ich jetzt mal schauen was das Geschenk auf sich hat. Wo ist das Geschenk? Das ist das Geschenk. Lalalala. Das brauche ich nicht. Verwerf ich mal. Äh. Die ist. War kurz. Das sind die Lehrlingsstrumpfhosen. Solche Sachen brauche ich hier nicht. Ähm. Vielleicht lieber Platz für. Ah das hier. Das Geschenk. Ähm. Beim Aufheben gebunden. Es nennt man halt. Einzigartig. Exklusive Eisküste kann folgendes enthalten. Riesen. Äh. Kopf. Trank. Buchstaben. Eins. E. Oder. Ne. Das ist ein I. Herz. D. N. E. Und U. D. 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 Naja. Aber wie kann man das öffnen? Also. Na na na. Ne. Steck nix da. So. War kurz. Hä. Was ist denn das? Klerik kann ich nicht brauchen. Ok. Das kann ich auch nicht brauchen. Na na na. Auch nicht. Auch nicht. Ups. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ah da brauche ich ein Level 10 dafür. Die 10. Ziehe ich mal an. Level 8. Mindestens. Ähm. Kleriker braucht den hier auch nicht. Das sind Anfängerpumps. Also kann ich die auch mal wegwerfen. Anfängerpumps. Nochmal Anfängerpumps. Die haben ja Zauberlehrgabe. Und. Was ist das? Ah das sind Handschuhe. Auch brauche ich nicht. Das hier brauche ich ebenfalls nicht. Und das hier auch nicht. So dann haben wir hier mal wieder etwas geklärt. Ähm. So. Was ist das hier drüben genau? Ah ich habe den Stab zur Verfügung. Hätte ich theoretisch noch das. Das ist aber schlechter. Und das Buch ist aber auch schlechter. Ähm. Werf ich die zwei Sachen auch noch weg. Eigentlich braucht es gerade wirklich niemand. Und dass es noch Anfänger Sachen sind. Bleibe ich vor. Er ist auch beim Start. Ja. Okay. Ähm. Loll. Wie kann ich schon. Äh. Alter. Ah jetzt. Oh. Ich konnte mich nicht mehr die Sicht richtig bewegen. Eigentlich macht es das meistens automatisch. Aber jetzt gar nicht. So. Dann sind wir wieder hier in der Bibliothek. Alter ich wollte eigentlich ausreichen. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Vielleicht ist das auch. Ähm. So gemacht. Dass man sich danach nicht bewegen kann. Ich weiß nicht. Ah hier ist noch ein Schamane. So. Die müssen wir auch töten. Der Schamane müsste jetzt eigentlich tot sein. Au. Scheiß Skelettenkrieger. Die wurden auch vom Schamane hierbei geschworen. So. Freedom for us. Jetzt mal ein bisschen ne Giftattacke ein. Ähm. Hallo. Und ne Gift ist auch 4. Okay. Da auch jemand tot. Die meisten hier sind tot. Du bist glaubt der einzige überlebende. Dennoch. Gut. Dann müssen wir den auch noch töten. Das müsste der Schamane sein. Ja. Das ist der Schamane. Ne. Also hier haben wir noch einen Skelettenkrieger. So. Aber auch der. Äh. Also Skelettenkrieger haben einen großen Nachteil. Und zwar haben sie sehr sehr wenig Verteidigung. So. Mal alles einsammeln. Und ich hab schon wieder volles Leben durch das ganze Zeug was hier auch wieder gelegen hat. Und Geld dürfte ich auch schon gut haben. Ja. Und. Ziemlich viel Geld. So. Bei Control könnt ihr dann wieder die Kontrolle über die Sicht nehmen mit der Maus. Ich glaub ich muss das Mikrofon etwas näher rücken. So. Ah. Jetzt können wir gegen diese diesen Hurensoom kämpfen. Oder haut der wieder ab? Ne. Er haut nicht ab. Perfekt. Okay. Dann schnappen wir uns den gleich mal. Oh. Der hat auch heftig Angriff. Alter. Der ist nicht schlecht. So. Aber jetzt ist er vergiftet. Dann bringt ihm das nicht schlecht auch nicht mehr so viel. Ich geh jetzt extra auf ihn zuerst. Auch wenn er. Äh. Eigentlich der Boss gegen dieses Dungeons ist. Oh scheiße. Da ruft jemand. Oh. Mann. Ich muss es kurz gehen. Ich bin wieder da Leute. Oh. Alter. Heftig. 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 Oh. Ich musste kurz wegen was Wichtigen weg. Weh. Wirklich. Das war jetzt sehr wichtig. Ähm. Da hat meine Mutter schon recht gehabt. Ich hab jetzt gut Schaden kassiert. Während ich weg war. Weil ich nicht irgendwie auf Pause drücken kann. Dass das ja ein MMO RPG ist. Und hier gibt es keine Pause. Sozusagen. Boah. Alter. Ich muss jetzt halt einfach hoffen. Dass ich wegen dem Scheiß Schaden nicht sterbe. Aber ich denke schon nicht. Weil ich bin ganz gut dabei eigentlich. Er hat schon sehr sehr viel. Äh. Leben verloren. Und ich an mir selbst eigentlich weniger. Ne. So. Komm. Spür meine Flamme. Haha. Was macht der? Was ist das eigentlich für ein. Level sagt. Oh. Alter. Hat er sich gerade in einen Stein gebracht? Oder. Äh. Habe ich. Habe ich das gemacht? Oder hat er das gemacht? Weiß nicht. Alter. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Ich habe ihn besiegt. Ha. Wer war es denn? Der. Ich weiß nicht wer das ist. Aber. Haha. Muss ja sein. Bisschen. Bisschen. Bisschen dramatisch. Gut. Dann haben wir unseren Auftrag. Eigentlich ausgeführt. So. Und ich denke dass wir ziemlich viel an Level gehen. Wie. So schnell einsammeln. Ich weiß jetzt nicht ob danach das Dungeon fertig ist oder weiter geht. Ich habe jetzt nämlich alles eingesammelt. Ach ne jetzt kommt einfach die Truhe. Ah. D-Rang. Hammer. Ne. Warte kurz. Es ist der beste. Das hier ist der schlechteste. Ja. Okay. Ich war auch weg. Ich hätte mich jetzt wirklich gewundert wenn ich S rangekriegt hätte. Äh. Ob runter sind dass ich weg war. Oh. Diesen Ball den kann ich schon brauchen. Ähm. Gut. Dann müssen wir vermutlich mit ihm jetzt reden. Du störst Jake. Also ihr könnt wie gesagt wieder auf Pause drücken und das ganze hier durchzulesen. Ja. Schließen. Dann. Ähm. Ah ne jetzt kommt immer wieder dasselbe. Okay. Dann. Würde ich mal meinen sind wir Level 8 Hammer. Äh. Zurück zur Stadt. Ja. Ich hoffe ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Schließen. So. Dann wissen wir ja jetzt wer der Verräter ist. Es ist tatsächlich. ein Kleriker. Kann man so glauben. Und dann müssen wir jetzt hier die Nachricht überbringen. Und es ist nicht mehr der Faktor dass sie die ganze Zeit weg ist. Aufgabe. Schließen. Okay. Hä. Wieso gibt ihr uns einfach keine Erfahrung. Was bist du für eine blöde Co. Fack dich. Fack dich. Ähm. Egal. Ähm. Ja. Okay. Die Folge ist jetzt auch schon zu Ende. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja lasst positive Bewertung da. Wenn ihr mehr von diesem letztlich sieht wollt. Ähm. Schreibt es in die Kommentare falls es noch nicht geschehen ist. Könnt ihr auch abonnieren kommentieren. Und. Dann sehen wir uns hoffentlich wie bereits gesagt. Beim nächsten Mal wieder. Blablabla. Ähm. In der Beschreibung seht ihr noch die Infos. Mein Skype Account und so weiter. Könnt ihr mich alles kontaktieren. Und ganz unten könnt ihr noch mein Minecraft Skin ähm. Downloaden falls euch das interessiert. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Tschüss.